Die Kirchenfenster im Paterdelb-Gemeindehaus im Hemsbach sind eines der schönsten Werke von Professor Emil Wachter. Damit dieses grandiose Werk einem größeren Kreis von Interessenten zur Verfügung stehen kann, hat der Bauförderverein Hemsbach einen kleinen Film über die Wachterfenster erstellt und wünscht allen, die diesen Film ansehen, gute Unterhaltung und würde sich freuen, wenn ein Besuch in Hemsbach erfolgen würde, um die Fenster zu besichtigen. Schönen Dank und auf Wiederhören. Die Anordnung der sieben Fenster mit jeweils vier Einzelbildern symbolisiert den siebenarmigen Leuchter des Judentums und deutet auf die Wurzeln des 2000-jährigen Christentums. Der Künstler Emil Wachter hat erst nach langer Bedenkzeit eine eigene schriftliche Bildbetrachtung erstellt. Ihm war es viel wichtiger, dass der Betrachter die Bilder auf sich wirken lässt und er so zu einer Kommunikation oder einem Gebet mit diesen Bildern kommt. In der Literatur wird das Werk als die Unheilsgeschichte des Menschen im Lichte der biblischen Heilsgeschichte tituliert. Das Böse in der Welt ist durch Tod und Auferstehung durch das Opfer von Jesus Christus noch nicht besiegt. Durch seinen Opfertod hat Jesus zwar denen Heil und Auferstehung zugesagt, die fest an ihn glauben und für das Reich Gottes auf Erden kämpfen. Aber jeder Mensch hat nach wie vor die Freiheit, sich für oder gegen Gott und für oder gegen das Böse zu entscheiden. So zeigen die Bilder chronologisch die Unheilsgeschichte des Altertums unter Nebukadnezar und Herodes bis zu den fanatischen Regimen der Neuzeit. Aber immer wieder siegt der als Opferlamm gekreuzigte Heiland über die Mächte des Bösen, gibt und gab den Menschen durch diese frohe Botschaft Hoffnung und Zuversicht in aller Bedrängnis. Szenen aus der Genesis zeigt das erste Bild links. Weil sie werden wollten wie Gott, aßen Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis und verloren dadurch das den Menschen übergebene Paradies. Die Schlange als Symbol des Bösen triumphiert, auch bei dem ersten Brudermord der Menschheitsgeschichte. Neid, Eifersucht, Raffgier, Machtstreben führen immer wieder zu gesellschaftlichen Katastrophen. So wie Einzel- und Völkermord noch nicht ausgerottet werden konnten, so ist eine Gleichberechtigung von Mann und Frau weltweit nicht erreicht. Wie von Macho Lamech mit seinen zwei Frauen Adda und Zilla im Alten Testament, so sind Unterdrückung und sexuelle Ausbeutung der Frauen in vielen Regionen weltweit noch an der Tagesordnung. Das zweite Fenster zeigt die Tyrannen Nebukadnezar, Herodes und Hitler Himmler als Repräsentanten der unzähligen Diktatoren. Die drei Jünglinge im Feuerofen widersprachen dem Tyrannen und verweigerten einem anderen Gott die Anbetung. So wurden sie gerettet. Die Elemente Feuer, Wasser sind lebensnotwendig. In der Gewalt von Fanatikern aber führten sie auch im letzten Jahrhundert zu millionenfachen Mord in den Gaskammern und Folteranstalten von Gottes Verächtern. Das Morden geht auch nach der größten Katastrophe der Menschheit heute noch weiter. Den millionenfachen Opfern blieb nur die Hoffnung auf den Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde und von dem Petrus schreibt. Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Im dritten Bildfenster stehen sich konträr gegenüber. Unten der Kindermord von Bethlehem, ganz oben ein Beratungsgespräch in einer modernen Kinderarztpraxis. Dazwischen die Grablegung Jesu und darüber die Hoffnung. Aus dem toten Holz des Kreuzes wachsen frische Blätter. Gott macht alles neu. Auch der Tod hält ihn nicht auf. Ein Bild mit dem gekreuzigten Heiland sucht man in dem Bilderzyklus vergebens. Dafür strahlt im Zentrum des Werkes in der Stammsäule des siebenarmigen Leuchters das Opferlamm, das hinwegnimmt die Sinden der Welt. Es wird umrahmt von den vier Wesen Mensch, Löwe, Stier und Adler. Darunter die geheimnisvollen sieben Siegel. Szenen aus der geheimen Offenbarung. Alles getragen von der Erdkugel, dem blauen Planeten unserer irdischen Welt. Rechts davon die vier Bilder repräsentieren Visionen aus der geheimen Offenbarung. Sonne, Mond und Sterne fallen zur Erde. Die vier apokalyptischen Reiter verbreiten Angst, Schrecken, Tod. Die Seelen der Märtyrer unter dem Altar warten auf ihre Erlösung. Der brennende Dornbusch, aus dem Gott zu Moses sprach, setzt den Bilderzyklus fort. Darüber formuliert Emil Wachter. Moses knient vor dem Ofen der Geschichte. Nackte, unmenschliche Gewalt, Gottlosigkeit, alles komprimiert in den Krematorien. Massenmord in Perfektion. Größtes Verbrechen der Menschheit mit unbeschreiblichen Grausamkeiten. Dafür stehen Krematorium, Schornstein, Wachsoldat. Rettung naht allein durch Gott. Auf den Dächern der Baracken in den Konzentrationslagern wachsen, wie am Stamm des Kreuzes, neue Blätter. Das rechte und siebente Fenster ist dem Namenspatron des Gemeindezentrums gewidmet. Oben der ungerechte weltliche Richter, der Fanatiker Freisler. Der nach dem Todesurteil gegen Pater Alfred Delp in der darauf folgenden Bombennacht von einem Holzbalken erschlagen wurde. Darunter der unschuldige Alfred Delp, der nur verurteilt wurde, weil er Christ war. Ein ungerechtes Urteil, wie bei Jesus. Alfred Delp hat sich bewusst dafür eingesetzt, dass wir es einmal besser haben und in einem demokratischen System leben dürfen. Der Kranz des Siegers über dem leeren Galgen steht für den Glauben und die Rettung durch Gottes Hilfe und Beistand in tiefster Bedrängnis. Über dem Regenbogen der lächelnde Pater Delp, mit dem Blick auf uns Menschen, die mit Keule und Medium um sich schlagen und seiner Frage an uns und wir. Über uns und alle Themen nachzudenken, dazu will uns Emil Wachter mit seinem Werk auffordern und uns zu unserem Heil sollen wir das bewahren, was uns durch Gott über Pater Delp als Prophet unserer Zeit vorgelebt und gesagt worden ist. Der Kranz des Siegers 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 Der Kranz des Siegers